Kapitel 8 Feuerwerk Hört zu! Wenn ihr jetzt aufgebt, befehle ich Gotik euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen. Das ist doch schön. Das ist nett von ihr. Erstmal, was muss weg? Lichtbrunnen muss weg. Der norobische Ei lasse ich auf jeden Fall da. Schleim muss weg. Er hatte bisher keine Waffen. Giants weg? Sie machen halt gut... Es wäre eine gute Combo mit... Deadlord, wenn er einen hat. Ich weiß nicht, ob er einen hat, aber ich lasse ihn jetzt mal drin. Und halt auch mit Alex Drase eine gute Combo. Ja, richtig. Und wir hauen uns die ganze Zeit runter, von dem her... Na, könnte passen. Habe ich gerade falsch gesehen, das ist der Priest Level 13. Ja, das ist... Nein, wirklich. Ich habe ihn nie wirklich gespielt. Oh, ohne Scheiße. Ich habe Bayo Dormus nur gesehen, wenn es darum geht, möglichst scheiße zu verlieren. Wie gesagt, weil er macht es halt selbst mit 10 Mana, macht es jeder Runde noch. Wow, wie zufällig erfolgen. Ich komme wieder. Ach so, okay. Vielleicht doch ein Krieger mit Brawl. Können wir nicht einen Priest mit Brawl spielen? Nein, leider nicht. Ach so. Ja gut. Aber... Oh, jetzt... Ja gut, jetzt habe ich ein... Das war ein Missbrechen. Hey, nein. Oh Gott. Oh Gott. Jo, okay. Ja, natürlich. 3 Schaden am Anfang ist es halt... 11. 11, ne? Ja, ist nicht ganz okay. Gut. Also, das war es dann leider. Mal gucken, was passiert. Da liegen jetzt 3 Abominations. Scheiße. Irgendeine wird triggern. Ja. Und dann werden alle triggern. Ach so, machst du das. Interessant. Hätte aber auch anders gereicht. Hä? Was? Okay. Äh... Natürlich. Ich höre dich. Was? Cooler Zug. Okay. Ähm, ja. Zerstöre alles. Was? Hat das jetzt gescheppert? Und mit übernehmen haben wir es jetzt auch nicht. Wollen wir es vielleicht... Stadtsfeuer und Feuer mit übernehmen und Pyromancer? Ach so, Feuerwerk. Das Problem ist es halt, jetzt sind wir bloß noch auf 11. Ich meine, ein gutes Mild-Deck habe ich schon immer genossen. Ja. Es geht doch nichts über ein gutes Mild-Deck am Morgen, oder? Ne Rogue, Freunde. Wir probieren. Das war das normal Leben. Das ist es halt. Man muss immer abwägen, wie viel überträgt man dann. Oh. Feuerwerk. Ja, jetzt gibt's weiter. Feuerwerk für alle Freunde, jetzt knallt's. Ne, es ist... Ich denke, es funktioniert. Einfach mal den Zug ungeschehen machen. Ja, genau. Wir machen nochmal 5. Los geht. Okay. Immerhin machen wir. Er macht's tatsächlich. Er hat gerade seine Zweier-Ritter gekillt. Okay. Ah, guck mal hier. Du wolltest einfach schwinden, Mann. Ja, so hab ich's. Ist doch schön. Guck mal hier. Wird das der Beginn in der hunden Hand? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht. Achso, sorry. Chahan. Chahan. Jahan. 21. Du bist auch noch da. Das freut mich. So. Das haben wir auch noch nie gezogen. Ja, fern am Rals. Nee, wirklich nicht. Das ist so... Ach, wir haben die Karte ja auch noch drin. Ja. Ja. Eigentlich wollte ich meinen Darkest einweihen und dann danach fern gehen, aber dann kann ich auch deinen Stream. Ach, krass. Ach, du kennst mich, äh, du kennst mich praktisch jetzt nur von dem Stream hier. Verstehe ich das richtig? Das ist ja witzig. Hm, nee, 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 das war ja schon in deine Friendlist. Ja, richtig. Deswegen, aber er hat dadurch den Stream gesehen, weil du online warst. War das nicht der? Nee, es war ein anderer. Ich kann noch lange bleiben, aber ich sollte um halb neun aufstehen, deswegen ist 3.30 Uhr vollkommen in Ordnung. Wie kannst du das machen? Um 3.30 Uhr ins Bett gehen und um halb neun aufstehen? Ach, du große Güte. Also kann man mal machen, aber... Na, kann man mal machen. Muss man aber nicht. Ja, muss man jetzt wirklich nicht. So, jetzt explizit das Warte. Neuerwerk Hype. Neuerwerk Hype. Und alles weg. Ist ja gut. Alles. So, weil der Geist ist weg. Ist das der Beginn? Ja. Vielleicht. Wenn man Oracle kommt, vielleicht. Diese Oracles. Ja, die kommen einfach nicht. Die kommen einfach nie. Die streiken. Wie man sagt, Streik. Komm schon, Oracle. Mir fiel ein, dass du streamst. Bin ein von dir. Bin Mighty Clash. Ach, der Mighty Clash. Grüß dich, Mann. Das haben wir doch vorhin schon... Ja, ich war mir nicht sicher, ob es Mighty Clash ist. Ja, genau richtig. Den sehe ich immer, wenn er on ist. Bist du richtig auch da on, ne? Ja, das ist ne einmal. Nicht so schnell wiegt. Ja, ja. Wie gesagt, kann man mal machen. Auf jeden Fall. Na gut, wir haben verschwunden. Ja. Jetzt lohnt sich's. Aber ein Oracle wäre halt dazu noch schön. Ja. Fangen wir vielleicht vorbereiten? Nein. Nein, aber das muss jetzt. Ja, das muss jetzt. Er millt sich, glaube ich, wieder, ne? Ja. Okay, einfach 16. Danke. Der ist weg. Der ist auch weg. Dass du's halt immer gleich zweimal machst. Das ist so schön. Da waren sie noch 14. Boah, er kann sie halt so raus spammen. Ja. So. Oracle, Kopfnuss, Verrat. Verrat wäre eigentlich gar nicht schlecht. Verrat mache ich jetzt auch mal. Verrat. Kopfnuss. Damit sollte er wieder millen. Ja. Wir haben noch 12 Leben. Ja. Ey, es wäre so einfach mit dem Dings. Nice. Ah, okay. 10. Einfach nur der Healbot. Einfach nur der Healbot, ja. Ja, wer ist jetzt? Oh, Scheiß. Wir haben noch verschwinden. Ich brauche gleich mal vorbereiten. Und dann habe ich nur auf. Ja, verdammt. Aber wir können es noch ziehen. Ja. Zack. Ich hoffe, er ist nicht ganz... Aber wir können es gleich wie vorher machen. Ja. Wir haben jetzt halt den Geist an der Backe, aber jetzt sogar zwei. Das geht. Das geht noch. Das geht noch. Alles super. Und mit dem nächsten verschwinden wir die auf der Hand. Er hat, glaube ich, noch 10 Karten. Das heißt, er hat gleich 8. Nee, jetzt hat, glaube ich, noch 8. Jetzt hat er 6. Noch 6 Karten. Oh, und nochmal eine Rittertot. Sehr schön. Ich glaube, der hat echt plus 4 unterschiedliche Karten, nicht wahr? Ja. Davon hat so viele. Der hat jetzt auch... Ja. Würde mir auch. Ja, das ist ein Spindern. Sanitose kommt halt nochmal. Ich brauche doch nochmal ein Vorbereiten. Ich habe auch nur noch 13 Karten drin, ich kriege kein Vorbereiten. Das ist eigentlich auch eine Frechheit. Überleben wir die nächste Runde. Mal sehen. Ich frage es nur, ob ich mich jetzt verziehe. Wie, die Geister einfach 3 kosten. Was ist das denn? Oh, jetzt milder gleich nochmal 2. Ja. Sehr schön, Verderbnis ist weg. Das ist aber... Ich habe noch 2 oder 3 Karten. Ne, eine kann er nicht haben. Ich habe gut, dass es geht. Ich habe aber auch noch ein Oracle, was jetzt wahrscheinlich verbrennt am besten. Meine Hand ist zu frei. Puh. Na gut. Dann brauche ich jetzt auf jeden Fall was zum Spotten. Ich kann doch hier noch irgendwo reinstehen. Oh, der ist gut. Ja gut. Der ist gut und wichtig. Gut und wichtig und stark. So. Ja. Dann, äh... Machen wir den hier. Passag. Und da können wir... Oh Gott, das wird so knapp. Das wird so knapp. Aber ich glaube in der nächsten Runde hat er keine Karten mehr. Also jetzt. Ja. Jetzt hat er keine mehr. Gut, er ist decked out. Uuuuh. Das waren die letzten Karten von ihm. Ja. Der tut weh. Aber wir haben... Er hat noch ein paar Sachen. Der war aber noch Alex. Ja. Und der bekommt jetzt immer mehr Schaden. So, wir haben... Moment. Wir haben noch den Glibber. Wir können noch was wegräumen. Oh. Wir können alles wegnehmen. Aber bekommt man dadurch zu viel Schaden? Ich weiß nicht. Wir haben noch mehr Alex. Das können wir noch... Entweder wir millen ihn. Aber wir wissen jetzt drei von... Wir können... Moment. Also wir können... Wir können ihm jetzt da was klären. Deckout Ziel erreicht. Noch nicht, Saison. Noch nicht. Pass auf die zwei Schaden auf. So. Wenn ich ihn jetzt umbringe... Sind... Äh... Ist der weg? Ist der weg? Dann kriege ich das Ding... Äh... Dann kriege ich den... Na? Hier? Die zwei Schaden. Genau. Und bekommst nochmal zwei Schaden, wenn... Deswegen mache ich zuerst den hier. Dann mache ich zuerst drei. Und dann zwei. Dann steht der aber noch... Dafür habe ich die Abomination dann stehen. Wenn ich aber jetzt vorher den hier spiele, reicht's. Schon mit dem hier. Er hat ja keinen direkten Schaden. Ne. Er hat vielleicht einen Schattensitz. Schattensitz geht aber nicht auf den Held. Echt nicht? Ich stehe noch nicht. Oh, stimmt. Wir bekommen zwei Geister. Fuck. Aber ein Tumertöp. Reicht gerade so. Ich töte natürlich nicht. Ich töte jetzt nicht ein, in der Hoffnung, dass es einfach reicht. Mach weiter. Ja. Wie gesagt, das ist halt das Coole. In fünf Karten. Was hat er... Was sind die letzten fünf Karten? Nein. Ein Ghoul. Der Ghoul tut weh. Nee, aber der Ghoul macht nicht auf mich. Nicht auf mich. Echt? Doch. Kann sein. So. Und jetzt habe ich nämlich Alex. Ja. Ja. Alex. Hype. Alex. Hype. Du meinst das Vorbereiten jetzt. Das ist trollig. Aber wir haben nochmal einen Oracle. Ja. Drei Schaden und danke für die Vier Schaden. Vier Schaden. Das ist halt so dämlich. Ich bin gerade so... Das hat er nochmal. Aber jetzt hat er noch eine Karte. Nice. Nice. Over. Over. Vor allem mit Over. Ja, vor allem mit Alex. Ja. Ich habe es dir gesagt. Es geht nicht. Ich habe es dir von Anfang an gesagt. Nice. Überziehe doch jetzt nicht. Nochmal einen Schlickspucker. Oh Gott. Das ist was. Bam. Oh, ein Seckschaden. Bam. Ja, sehr schön. Nein, er soll sich töten. Möchtest du, dass er sich jetzt töte? Ja, er soll sich töten. So, Freunde. Der Hype is real. Hype. Hype. Oh, sehr schön. Bamm. Sehr schön. Das war richtig gut. Oh, das hätte ich nicht gedacht mit einem oldschool Miro. Oh, das hätte ich nicht gedacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020